Die hier angebotene Einzimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. Oktober 2018 bezugsfrei. Die neuwertige Erdgeschosswohnung befindet sich in Münster. Die Wohnung wurde 2015 erbaut und wird über eine Fernwärmezentralheizung beheizt. Das Objekt ist barrierefrei zugänglich. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Balkon. Ein Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Einbauküche. Das Objekt ist luxuriös ausgestattet. Die Erdgeschosswohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 31 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Erdgeschosswohnung beläuft sich auf 596 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Sockmiete magari. Juli ist eine billige Erdgeschosswohnung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mel대를 πάfen, wie man aber auch immer aufsch нар efforts الف lies ist.